Es war aber ein Mensch unter dem Pharisäer, mit Namen Nikodemus, ein Oberster unter dem Juden, der kam zu Jesu, weil er lag und sprach zu ihm. Mein Süßes, wir wissen, dass du bist, ein Leben von Gott wird gekommen, denn niemand, wenn man Zeichen tut, es sei denn Gott mit ihm. Jesus hat der Sterb und sprach. ZANG EN MUZIEK ZUCHEN 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020